Raheem Sterling SBC als RF. Machen oder lassen? Die SBC kostet 490.000 Münzen, wir müssen 7 Teams abgeben. Die Ingame Stats sehen bis auf Schuss 84 und Ausdauer 84 gut aus. Es gibt auch noch die Versus Feuer SBC von Raheem Sterling als LF und die gefällt mir besser. Kostet auch 490.000 Münzen, wir müssen 7 Teams abgeben. Diese Karte hat bessere Abschluss Stats mit 91 Top. Sonst sehen beide Kartentypen fast gleich aus, ich würde aber die Versus Feuer SBC machen.